Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder dabei bei der EA FC 25 Karriere, beziehungsweise wird es dieses Jahr meine erste Karriere sein. Wir gehen rein, erstellen direkt mal unseren neuen Charakter. Da gibt es ja auch einige neue Änderungen, worauf ich auch auf jeden Fall sehr sehr gespannt bin. Genau, ich wähle jetzt einfach mal den hier als Anfangscharakter aus, aber wir können ja auch einiges ändern. Ich passe jetzt erstmal hier meine ganzen Namen an. Und dann schauen wir mal. Genau, Spitzname mache ich mal neu, neues. Keine Ahnung, was das wird. Bin mal gespannt, was dieser Spitzname noch so bringen wird, weil das ist für mich hier noch so ein bisschen spanisch. Genau, Cobb kann man auch einiges neues auswählen hier. Was passt denn hier am besten zu mir? Puh, was ist das? Der hier vielleicht, maybe? Ich gucke mal, was ich so finden kann und dann schauen wir uns gleich, wenn ich den Charakter fertig erstellt habe. Genau, und so wird mein Charakter aussehen. Also es ist auf jeden Fall schon ziemlich nahe, Kappa. Aber ich habe auf jeden Fall sowas ähnliche von mir rausgesucht hier. Ich gehe auf jeden Fall direkt mal weiter, nehme natürlich den authentischen Klub. Nehme da nicht den SC Freiburg, sondern natürlich, wen hätt's gewundert, den FC Bayern München. Genau, machen da jetzt mal unser wunderschönes Stadion. Genau, Stadion werde ich einmal in Allianz Arena umbenennen. Allianz Arena. Dann gehen wir einmal zurück. Dann Stadionfarbe nehmen wir rot. Man kann sogar zweifarbig nehmen. Gibt's rot-weiß? Ah, hier, guck mal, rot-weiß. Nehmen wir die Stadionfarbe rot-weiß. Und die Sitzfarbe... Na, was kommt? Ich glaube, weil das da oben drüber so rot ist, nehmen wir da mal weiß als Sitzfarbe. Das könnte, glaube ich, geil aussehen. Aber die Sitze werden ja eh ausverkauft sein. Genau, unseren Rasen können wir eigentlich dieses Karo groß lassen, Linienfarbe weiß. Ich habe aber gerne einen, ja, so waldgrünen Rasen, sage ich ehrlicherweise. Waldgrün, oder doch? Na, wohl, Dschungelgrün wäre mir gerade tatsächlich immer ein bisschen besser. Wir nehmen mal Dschungelgrün Rasen, den kann man ja trotzdem immer noch anpassen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Genau, unser Netz nehmen wir... Naja, nee, schon recht deckig. Aber... Wir nehmen hier... Ähm... Rot-Weiß... Äh, rot... Doch, rot-weiß mache ich natürlich. Ähm, haben wir es hier. Das würde nicht schön ausschauen, ist doch noch... Was richtig cooles hier. Schwarz-Rot. Hier, das hier finde ich richtig geil. Genau, dann sind wir jetzt mit den Stadion-Einstellungen fertig. Und gehen mal rein. Also, Transfer ist natürlich aktiv. Ähm, das lassen wir auch an. Gouting ist an, Trainingspläne an. Schwierigkeit... Ja... Nehmen wir... Nehmen wir mal Weltklasse. Schauen wir mal, wie das so ist. Vorstands-Entwartungen nehmen wir keine Entlassung. Das ist, glaube ich, besser. Genau, Halbzeitlänge machen wir sieben Minuten. Aber ich möchte mit der aktuellen Gesamtstärke der Jugendspieler spielen, tatsächlich. Aber auch nicht zu lange, sondern wir machen einfach mal vier Minuten. Das sollte, denke ich, mal reichen. Das sollte, denke ich, reichen. Genau, Simulations-Gameplay nehmen wir klassisch. Wind-Effekte nehmen wir mal Niedrigwetter-Effekte ein. Ähm, Training auch ein. Trainings-Erholungsraten nehmen wir mal Standard. Oder gibt's da nicht realistisch auch? Genau, nehmen wir mal realistisch. Trainingsübungen ein. Profi-Entwicklungsrate normal nehmen wir auch normal. Transfers aktiv. Verherrscht. Transferverhandlungen nehmen wir mal realistisch. Bin mal gespannt. Nehmen wir mal hier locker. Lassen wir mal hier drin Profisuche ein. Normal, normal. Neu ist da Profis. Oh, da hängt es schon hier. Genau. Okay. Währung nehmen wir Euro. Und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Let's go. Neuanfang. Heute sind wir alle voller Hoffnungen, voller Träume. Die neue Saison beginnt. Lasst uns spielen. Alle gemeinsam. Wir leben den Fußball. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Ich hab mich richtig schick gemacht für die Pressekonferenz. Hallo. Das bin ich. Jawoll. Und da sind wir dann im neuen Menü angekommen. FC Bayern München gibt den neuen Coach bekannt. P Neues ist die richtige Wahl. Brillanter Auftritt. Ja, finde ich auch. Ich hab mir extra ein Hemd angezogen. Äh, kein Hemd. Ein Polohemd, mein ich. Gesprächsthema Nummer 1, ja. Heute sind wir alle voller Hoffnungen, voller Träume. Die neue Saison beginnt. Das Ganze spitzt sich zu. Hä, Football Drama? Was? Okay. Okay. Also, wir gucken uns als erstes mal die Trainingspläne an. Man hat da jetzt auch immer Ziele. Starker Fokus auf Leistung. Fokus auf Leistung 50. Energie. Äh, Fitness weniger als 50. Fokus auf Energie bei 60. Wir starten mal so rein, würde ich sagen. Genau. Taktik-Voreinstellung. Bei Bayern geht natürlich viel über die Flügel. Weil Harry Kane vorne drin als Stürmer ist. Sollte Harry Kane dann in meiner Karriere irgendwann mal von Mattis Tell abgechanged werden, werden wir das natürlich auch ändern. Weil Tell ist nicht so kopfvoll stark wie Harry Kane. Genau. Vorstandsziele. Was hat der? Verpflichtet drei Spiele unter 30 Jahren. Äh, 130 Jahren. 120 Jahren. Okay. Sieben Spiele ohne Gegentor. Okay. Okay. Genau. Um das Ganze jetzt mal hier vorweg zu nehmen. Ich werde in der ersten Saison keine Transfers tätigen. Weder Spieler verkaufen. Maybe werde ich zwei Spiele noch verleihen. Ähm. Das wären dann in dem Fall Ibrahimovic und Iran Kutner. Das muss ich mal gucken. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ich die verleihen soll oder nicht. Genau. Scouting-Aufträge. Okay. Haben wir auch da. Genau. Erst den Coach verpflichten. Genau. Aber es gibt wieder die Coach-Verpflichtungen. Ähm. Eins nach rechts. Genau. Dann kaufen wir mal für den Sturm hier Oliver Schmidt. Sehr gut. Weil Sturm ist immer wichtig. Und dann werde ich das mal auffüllen. Und dann sehen wir uns, wenn ich hier das aufgefüllt habe. Aber ich habe jetzt mal hier ein bisschen aufgefüllt. Hab natürlich leider nur die nehmen können, die vier Sterne haben. Weil alles darunter, finde ich, ist Quatsch. Genau. Deswegen haben wir jetzt so viele Coaches. Da kann ich in der Saison ja auch noch ein paar Coaches einstellen, wenn dann wieder bessere da sind. Genau. Hier haben wir ein paar Jugendturniere. Der ist ausgeliehen. Okay. Perfekt. Ähm. Vier ungelesene E-Mails. Was ist da los? Stärkung. Jaja. Jugendakademiebericht. So. Was haben wir für Brecher in der Jugendakademie? Ja. Nur Preifen haben wir in der Jugendakademie. Na super. Okay. Wir werden da trotzdem mal was einstellen. Weil wir brauchen die auch für die Jugendturniere. Gebt denen jetzt jeden mal trotzdem einen Entwicklungsplan. Und dann schauen wir mal, wie die sich entwickeln. Die sind ja jetzt auch jünger. Der eine hier ist 14. Oha. Der eine hier ist ja 14. Das ist crazy. Genau. Ich hab jetzt mal ein bisschen aussortiert. Ich glaub man braucht nur so viele Spieler um Jugendturniere spielen zu können. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal so. Genau. Dann gehen wir natürlich mal rein in die Mannschaft. Und werden da jeden mal noch einen Entwicklungsplan geben. Beziehungsweise werden wir erstmal die Aufstellung so aufbessern. Kimmich ist für mich bei aller Liebe kein Rechtsverteidiger. Spielt ja auch unter Vincent & Co. nicht als Rechtsverteidiger. Genau. Dann spielen wir links mit Koman. Und rechts mit Sané. Genau. Und Minjay kommt rein. Ich finde es immer wichtig, dass die Torhüter hier auf der Position sind. Ich weiß nicht warum. Genau. Die drei werde ich verleihen. Pavlovich schweige nicht. Den will ich halt auch gerne behalten. Aber ich weiß ja nicht für wen ich... Komm wir lassen Ido mal immer zu Hause. Also wir werden ja trotzdem viel durchrotieren. Gehen wir mal rein in die Teamzentrale. Manuel Neuer. Ich gebe denen jetzt einmal auf jeden Fall einen Entwicklungsplan. Und dann schauen wir mal. Genau. Ich habe jetzt jedem Spieler mal einen Trainingsplan gegeben. Hab das so auch ein bisschen auf unsere Aufstellung angepasst. Dann gehen wir mal rein. Wir werden einmal die Verträge von Manuel Neuer verlängern. Genau. Vertragsverlängerung ein Jahr. Dann von Alphonso Davies. Vier Jahre ist auch richtig. Genau. Kimmich werden wir auch einen neuen Vertrag geben. Also Bayern muss in echt auch viele Verträge verlängern. E-Roy Sané bekommt einen neuen. Ohne Freigabesumme. Genau. Bei Dyer, Thomas Müller und Sven Ulreich warten wir mal noch ab. Beziehungsweise Thomas Müller geben wir auch noch einen neuen Vertrag. Jeder will es Thomas Müller noch länger bei Bayern sehen. Und dann warten wir bei Dyer und Sven Ulreich noch ab. Genau. Und ich habe mich jetzt einfach dazu mal entschieden. Tarek Buchmann, Nesteroy Irankunda und Aion Ibrahimovic auf die Leihliste zu setzen. Einfach aus dem Grund, dass natürlich ihr Potenzial sonst kaputt geht. Und das wäre halt vollkommener Quatsch finde ich. Genau. Und dann gehen wir mal rein in die Jugendscouts. Haben da schon einen mit 5x5 Sterne Erfahrung. Der kommt natürlich nach Europa, Mitteleuropa und natürlich neun Monate nach Deutschland. Genau. Der soll uns mal hier nach ein paar Stürmern und nach rechtes und linkes Mittelfeld ausverhalten. Genau. Falsche neun nehmen wir mal. Beziehungsweise Knipser ist glaube ich geil da. Kann man das auch irgendwie rausmachen? Hier. Knipser, Innensturm Profi und Mittelfeld. Genau. Gucken wir mal was da so wird dann. Genau. Gucken wir mal, können wir noch einen geilen Scout anheuern. Ja, wenn 4 Sterne scouten. 2x4 Sterne. Ja komm, nehmen wir mal einen. Bevor wir gar nichts scouten. Den schicken wir mal nach... Wohin schicken wir den mal? Wir schicken ihn mal nach Australien neun Monate. Und gucken mal was für Innenverteidiger der uns so bringen kann hier. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir starten mal unser erstes Jugendturnier. gegen Werder Bremen. Gucken wir mal in die Aufstellung. Ja gut. Da haben wir keine anderen Alternativen. Das sind halt aktuell unsere Jugendspieler, weil wir noch keine Jugendscouts haben. Genau. Trikots passen auch. Und dann gehen wir mal rein ins Spiel würde ich sagen. Let's go. Jawoll, da geht's los. Warum ist da oben hier mein Controller zu sehen? Das muss ich nochmal gucken hier. Also das ist natürlich nicht quatschig, dass mein Controller zu sehen ist. Oh. Was ist da los? Na, nicht das erste Tor. Oh. Aber jetzt. Abseits ne. Ja, es war Abseits. Oder? Wir jubeln hier noch schön fleißig. Na ne, jetzt ist Abseits. Das ist by the way der neue Rush Modus. Ich finde ihn ja, um ehrlich zu sein, richtig, richtig geil. Oh, Achtung. Oh. Oh. Wichtige Parade. Achtung. Ja. Guter Zweikampf. Aber die sind halt noch zu langsam hier, um durchzustarten. Und jetzt geht durch. Hier unten läuft auch irgendeiner. Ich hab keine Ahnung wer du bist, aber Minion lauf. Vera. 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 Aber es ist quatschig. Werder Bremen macht da gut zu. Ja. Oh, jetzt der Oberhung. Kuhn. Kuhn legt sich auf den starken Rechten. Und da ist es. 1 zu 0 für die Jugendmannschaft des FC Bayern. Ja. Ball abgefälscht. Nochmal trotzdem in die Mitte legen. Und da ist es. Da ist es. 2 zu 0. Wichtig. Jetzt nochmal Bremen. Arnold. Oh, der Schuss. Aber das ist kein Problem für Köhler, unseren Keeper. Vera. Legt ab auf Kuhn. Kuhn sieht jetzt hier unseren Jungen laufen. Unser Jungen. Der sieht in der Mitte auch noch jemanden. Aber da ist vorher jemanden dazwischen. Und es gibt jetzt die Ecke wieder. Oh, die ist wieder gut. Aber es ist halt quatschig. So, jetzt Kuhn. Mal mit Tempo. Kuhn. Kuhn hat viel Platz. Zieht ab. Aber da ist der Keeper da. Und es gibt wieder eine Ecke. 14 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt vielleicht. Ja. Aber da ist schon wieder. Ja, diesmal kommt da nochmal. Na, nicht. Ja, abseits, oder? Ja, aber abseits. Und damit gewinnen wir das erste Jugendturnier. 2 zu 0 gegen Werder Bremen. Und sind also weiterhin dabei. Genau. Mein Vera hat auch eine 8,6. Mal schauen, was aus dem wird. Genau. Man könnte jetzt direkt weiterspielen. Wir warten einfach mal nochmal, weil das Turnier endet in 61 Tagen. Da haben wir noch sehr, sehr viel Zeit. Wir haben zwei ungelesene E-Mails. Okay. Die bauen halt ihr Scouting-Netzwerk auf. Das ist stark. Genau. Dann gehen wir mal weiter hier. Und schauen mal, was so passiert. Aber wir haben zwei ungelesene Nachrichten. Irankunda ist glücklich. Ja. Super. Sind wir uns einig. Und... Hallo Manu. Ich freue mich auch auf unsere Zusammenarbeit. Okay. Wir haben zwei Angebote. Babys will ich eigentlich ungern verkaufen. Und Ido eigentlich auch nicht. Was soll denn das? Da kommen hier einfach zwei Angebote rein. Random Angebote. Also England. Scouting berichtet. Ja. Aber wie gesagt. Wir werden in der ersten... Ähm. Ja. Ersten... Transferphase. Beziehungsweise auch im Winter. Keine Transfers tätigen. Und Ihren Kunder. Was will der bei Frankfurt? Das spielt der ja auch nicht. Dann kann ich mir die Leiter auch sparen. Dann spielt er wahrscheinlich bei uns öfter als bei Frankfurt. Okay. Okay. Leimer zu Liverpool. Das quatschig. Beschickt das? Wir können es mal probieren. Dann merken wir mehr wie dass er kaputt geht. Ihren Kunden. Dann kann nicht passieren. Mehr kann nicht passieren. Genau. Das ist auf der Warteliste. Spanien. Okay. Aber ich würde tatsächlich schon sagen. Das war's von der ersten Folge. Lasst gerne mal ein Feedback da, wie euch die neue Karriere gefällt. Das war halt heute eher so organisatorisches Zeug. Aber es ist auf jeden Fall sehr sehr viel Neues dabei. Und das Menü schaut richtig richtig crazy aus. Also da gibt es vieles Neues, was man sich angucken kann, was man machen muss. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal sehr sehr auf die neue Karriere. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Neues. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.